Mit der Bewusstwerdung deines individuellen lichtvollen Seelenplans möchte ich dir helfen, deine starken Herzenskräfte zu aktivieren. Durch das Ergreifen und Umsetzen der kosmischen Gesetze hier auf Erden möchte ich dir durch dieses Buch helfen, die Blockaden, die Ungewissheit zu lösen. Von dieser universellen Vielfalt möchte ich euch in meinem Buch gerne berichten und eine Unterstützung sein für euer kraftvolles Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017